Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Ohne LoL, mit dem Marcel und dem Angelo. Das ist immer noch gelogen. Da fehlt aber bei der Detonale auch das Hierarchie, man freut. Ich hab noch nicht fertig gelesen. MF, Bier, Asche von Toten, Alter! Oh Gott, das wird so eine Katastrophe, wenn der einfach weitergeht. Was steht da los? Erdbeermilch, ja, wieso nicht? Blut eines Gingers. LoL? Dommel, was war das? Aggression ist wie diese Uhrensohn. Hey! Das war der fälligste Kill aller Zeiten. Marcel, ganz einfach, das war die unsichtbare Mauer, die da ist. Die hatte ich vergessen. Ja, das war wegen mir. Also ich finde es schön, dass ich meine Krähe abhabe. Sobald mein Mana wieder von mir aufgeladen ist. Alter, ich verkatt die Mauer da. Auf Aram gibt es die Sub-Items nicht mehr, ne? Äh, ne. Schade. Dafür verdienen wir jetzt einfach so viel Minion 3 Gold. Ja gut, aber Sub-Item. Karma! Zumindest haben wir hier, äh... Wie heißt es? Ihr Gold Income verloren. Alter. Einfach mal gucken. Äh... Ey, Leute! Bin ich! Ne, gibt es nicht mehr. Andro hat sich gekönnt. Wenn ich mir gönne, würde ich mir den Zucker-Stick-Skin einfach freischalten. Ach, hast du den? Ein Skinshot? Ja. Ja. Ich weiß nicht. Also ich glaube, die Folge mache ich jetzt so interessant. Ich lauf die ganze Zeit nur noch um die Tower herum. Ja. Ungefähr. Genau deswegen. Der Malzah ist aber auch nicht... Malzah! Den Malzah kannst du grad eh nicht grabben. Echt? Wir haben zwei Grabs. Ja, und keiner trifft von uns. Ja, ich habe auch keine Mana. Ja, ich auch nicht. Und ich habe getroffen. Ich habe die Kamera getötet eben. Wir haben keinen Mana mehr. Hallo, kennst du die Mana-Kosten von Nautilus? Nein. Die sind in Ferial. Ja, die sind jetzt auch hochgegangen damit. Ich meine, ein Hook kostet nämlich 60 Mana und ich habe nur 440. Heul mal nicht so rum, 60 Mana? Alter, was soll ich sagen, mit 100 Mana? Wie viel Mana hast du? 440. Das ist echt wenig. Ich denke, ich habe gerade mal 357. Ja gut, du bist Blitzkrank, weil dir wäre das broken. Weil meiner ist dann gerade so ein halber Weg hoch. Ich meine... Aua. Ah, danke Barry, aber. Bitteschön. Ja, das Spiel ist wieder super. Ah, naja, ein Tod. Puh, der kommt nicht weg. Ja genau, beim richtigen Deckel. Ja, 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 ja. Call dir mal was auf dein kleines Würstchen. Wett ich. Die Tattoo-Nadel ist doch was anderes. Der war auch winzig. Nein. Mein ist ein Kurs. Ey, wie muss er jetzt hier durchkommen? Boi. Oh, die Asche. Wollte das Auto gehöre. Warte, was war das Auto? Ja, Auto-Lacke. Was mit Kokain? Äh, war noch... Meth war mit drin. Kokain. Äh, eine Prise Uhrensau. Ja, die ist bei Marcel auf jeden Fall dabei. Bei euch fahr ich nochmal ins Schwimmbad, wenn ich bei euch bin. Pfff. Und? Also, ich will... Tanja sagt, ich soll nein sagen. Ach, du hast einfach nichts zu sagen bei Tanja. Ach, dann kauf mir einfach ein Einhorn-Eis und alles. Was, 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 was ist da? Du hast bei Tanja nichts zu sagen. Beide sind tätowiert, beide abgelegt. So wird gerückt hier. also, ich hab zwar eigentlich den Meiser geführt, aber das Spiel meinte, kommt. Geht den anderen, beim KDK mal. Komm, Hustle, Dude. Fuck! Ja, da ist jemand heimgegangen. Ja, ist richtig so, die Tätowierenden sind gestorben. Alter. See's to see, see's to see. Hören Sie's, Mr. Krabs. Hören Sie's, Mr. Krabs. Buuuuh! Skill! Hey, was gilt danach? Einfach mit beiden, mit meinen beiden anderen Skill Shots. Habe ihn! Uuuuh! Oh, oh. Alter, was hat der für ein Min-Feld? Ah, wie auch alle gleichzeitig aufgelöst haben. Komm, boom. Also mein Schild fängt gerade 225 ab und euer. 235. Oh, schade. Triggered! Triggered! Das ist ein Witz, Leute. Frau, ich mach keine sozialen Kaffebatsch! Marzel, du bist hier der Tätowierter! Fuck dich selbst! Wieso? Tätowierter kann ganz schnell bei euch oben sein. Marzel? Anna, hast du ja nicht ein Power-Lupo gewollt. Anna, ich tätowier mich selber. Oh Gott. Oh, dann bist du die größte. Wer kann, den kann ich nicht die Session einsuchen sollen. Oh ja. Oh! Während ich mal nach vorne laufe, erst mit einem Schluck Eistee. Ne, Mann, ich werde mal überlegen, mein Tätowierter machen. Ne, Mann, ich werde mal überlegen, mein Tätowierter machen. Oder in ein neues Piercing. Oder in ein neues Piercing. Wie weiß ich noch nichts. Wie? Das war schmerzhaft. Ich bin dann überlegen, ob ich mir Dings in den Knorbel rein stanzt. Was? In den Ohrknorbel. Im Tunnel. Ah. Aber es wird rausgestanzt. Aber es wird rausgestanzt. Ja, Leute, wie war das nochmal? Karfreitag. Jesus wurde gekreuzigt oder in Tätowierter Spachel. Das erste Piercing wurde erfunden. Digga, das habe ich ihm gestochen. Echt so alt bist du? Wenn du wüsstest, Alter. Moment. Dom, du musst es ja wissen. Du wirst älter als er. Ja, aber das kann dann irgendwie so nicht sein, weil... Hallo, ich esse kleine Kinder. Also ich kleine Kinder esse mit meinem Jünger. Der war scheiße, du wirst. Ja. Ich kann hier jetzt mal reinzirpen. Einbauen. Das kann ich doch wirklich machen. Er hat es überlebt. Er hat es überlebt. Oh. Moment. Der Nassen muss einfach triple kill. Da können doch ein Quartner dazukommen. Na. Der Malz, wie hat er überlebt? Boah. 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 Ich habe einfach nur abgewattet, bis er unter den Tower kam. Boah. Ich würde da gleich reinholen. Boah. Das ist eine sehr gute Idee. Hi. Na öfters hier. Boah. Spürst du den Skill, Angelo? Ja. Ich stehe auf 7-0. Boah. Ich würde da gerne Schinken gehen, ne? F***. Good Job, Marcel. Watten hier aus ist alles schon so schön. Oh geil. Komm schon, die Krier muss raus. aber das war ein bisschen zu nah dran auch beim doppelso lari ich hab grad nichts ab wenn diese scheiß wäsche von malzer einfach nur auf die zug an kommt so aber wie sich viel zu krank ob du behindert bis habe ich gefragt brauchte nur das leben ich weiß bukake das war ganz richtig bukake mit dem ich lebe noch achso kein ding ich hab keine ulti ab gleich aber 14 sekunden ich wollte sicher dass sie kein keller kriegt doch etwas weiter rauskommen wie war das eigentlich so dass mich die arzt ich bin durch doch hast du ja tatsächlich war gerade über den moment weil das nicht schon so gesagt gehabt ach verdammt da waren die minions schneller weg als gedacht ach ja ich hab mal direkt mit strom waschen ich kann doch nicht laufen ganz voll mit schocki ficken oh wo gehört denn er aus denn er muss der hat mich ganz einfach zugeholen gekriegt er ist das so dann holen wir uns jetzt mal das deadman oder auch zu deutsch panzer des toten mannes und so denke ich mir das worum ist aber nicht er wird der perfekte wohnsohn johle johle das ist fash der fash der fash der fash der fash ah ah ist ok begierigen bastarde oh da den supermanion muss er den supermanion oh 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 ja das ist wieder eine schöne runde die macht jetzt aber mehr spass als die vorherige als wasser dann hast du also das heißt also das heißt dann hätte es aber die zwölf habe ich ein bisschen abgefuckt bin ich ehrlich hauptsache mein dad kommt zu heute an jahre tun erst was machen muss wenn ich bei euch oben bin ich muss das mit zu tun ich habe ja auch die zwölf holen das ist bei mir fällig ja der muss ja noch pumpernickeln ah das heißt ey warum ja ey warum ey gar nicht nein ich bin gar nicht drauf genau also mehr vorbereiten ging nicht so nicht ja der yorick hat ein triple hab gleich wieder was ab hu ah leid ja und beide hatten leider ihren schneeball getroffen deswegen habe ich die arme ähm hätte der nachso nachso nicht gestealt hätte der einen penta gehabt ja wer von den carry denn einfach so hart ist das das ist das ist das 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 ist du bist behindert aber ich besuche ich nicht gelogen ich komme schon hochzeug mit euch reden nö ja 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 bis letzter richtig die frau raus muss man durchsaufen das wird ja eh katastrophe wenn wir zu games kommen gehen ach du scheiße ja entweder verkehrt hat oder voll auf der games kommen wir werden voll sind die games kommen nochmal 26 ein massel würdest du für 50 euro auf der games kommen flitzer machen das fuffi ja wir alle anderen noch mitlegen dann ja angelo wir müssen überreden ey das geld gebe ich und der anblick nicht und anspruchs sicher dass ich es machen würde wenn auch alle einen profi hinlegen würden war ohne spaß gleich der soll die busfahrergruppe schreiben boah ey was ist das denn für ein katastrophengeben wir sind ja schon wieder in der einen tower ja zum gefühlten hundertsten mal und können ihn trotzdem nicht einreißen mal ist okay Gino hat flashout na der dieser geht nur auf mich kann man vielleicht ich lebe noch der will mich anwachsen der will mich anwachsen danke am anfang standen wir ungefähr marcel volatius produktiver gewesen Was ist mit dem Yorick los? Was ist mit dem Yorick? Ja, war schon eine Runde, ich würde sagen. Nein, nein, just not. Angelo hast du noch was schönes zu sagen? Ja, wirklich. Alles klar. Wo ist der Wetteinsatz? Was für ein Wetteinsatz? Ja, der Flitzerdicker? Alter. Wir haben so ein Video, ne? Ja, nur wenn noch mehr mit... Außerdem den Anblick will ich nicht haben. Mit diesen Worten bände ich hier aufенерabe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wollt ihr nicht Tschüss sagen? Nein. Tschau.